Ok Spiel gespeichert Versenken Sie die... was? Erproben Sie die EMP-Kanone auf erfolgreich im in der markierten... Versenken Sie die markiert die Einheit von Vater So, Items, Aufredermid Achso, so kann ich die gar nicht versenken Verflucht Ich brauche ein Kriegsschiff Ein Kriegsschiff Ein Kriegsschiff kommt sofort Jetzt probiere ich es mit dir allein Doof So, jetzt fällt es mal der markierten Einheit hinterher Der maskierten So, vielleicht funktioniert es ja sofort Da war es Ja, der Grundholt Da ist sie Na, wo versteckt sie sich? Die hat Angst Die hat Angst Da ist sie Rohe Gewalt So menschlich Aber von meiner Schildtechnologie prallt sie einfach ab Nein Nein Jetzt hat das Ding abkühlt Zeit So, jetzt bringe ich das schon mal in die nähere Umgebung So, sicher ist sicher Alarm Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge Nein Nein Komm Jetzt dürfte der cool Dumbart mal vorbei sein hier Beilung Na, komm Na, na, komm, 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 komm Na, komm, 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 komm Hey, hier auch kein Kampfschiff in der Nähe rum, nur fährt noch. Ja. Es klappt. Es klappt. Und wie es klappt. Zack. Die Schilde sind unten. Die Steuerung deaktiviert. Mit dieser Waffe haben wir einen entscheidenden Vorteil im Kampf. So, dann... Sie halten mich nicht auf, Professor. An alle Einheiten. Klassifizierungsupdate. Neue Bedrohungsstufe 1. Alle Feinde müssen vernichtet werden. Hm. Hilfe. Hilfe. Dann baue ich hier lieber noch eine... Was ist denn das? Mobile Hafenverteidigung. Cool. Äh, ja. Ich baue hier einfach mal noch eine Flak. So in einem Einzugsbereich. Und... Hier eine her. Dann könnte ja gut Ruhe sein. Denn es ist... Warnung. Produktion gestoppt. Wow. Ach. War gut drauf geschissen. Genug Strom habe ich. Jo, jo. Jo, jo. So. Was? Ach so. Haha. Ein Schildtransformator muss ich jetzt hinbringen. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. So, du kommst hier rüber. Da fehlt da nix. Aha, er wird mal an die... Frio-unfähig, das Flugzeug. Aber normalerweise bei einer EMP würde das Ding abstürzen. Würde ich jetzt mal behaupten. Machen wir es kurz. Ja oder nein? Ja, okay. Der Wissenschaftsrat ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Ja, aber sowieso. So, da haben wir die Mission auch geschafft. Ich denke, das Ergebnis unseres Praxistests spricht für sich. Wenn das EMP Fathers Einheiten lahmlegen kann, sollte das auch bei ihm selbst funktionieren. Sie halten mich nicht auf, Professor. An alle Einheiten. Klassifizierungsupdate. Neue Bedrohungsstufe 1. Alle Feinde müssen vernichtet werden. Ich registriere den Start feindlicher Flugobjekte. Oh. Warnung. Alle Waffensysteme wurden aktiviert. Ich wiederhole. Waffensysteme wurden aktiviert. Hm. Sehr beunruhigend. Aber diesem beunruhigenden Thema widmen wir uns in der nächsten Aufnahme. Genauer gesagt, in der nächsten Mission. So, in der vierten. Sie erhalten das Oberkommando über die vereinten Streitkräfte und sollten Fathers besiegen. Ja, aber das erst nächstes Mal. Ich sag dann tschö. Schön fürs Zusehen. Äh, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. So, hallo Leute. Ich begrüße euch mal wieder zu Anno 2070. Und ich rede nicht lang, sondern fange sofort die letzte Mission an. Am Ende werden die Maschinen siegen. Fast jeder bei SAAT kennt mittlerweile ihre Namen. Das ist bemerkenswert. Bravo. Jetzt kannst du allen zeigen, was eine richtige Hake ist. Wie diese Auseinandersetzung auch ausgeht. Global Trust steht hinter ihnen. Okay, dann hauen wir den blöden Computer mal auf die Mütze. Ich hoffe, dass wir das relativ gut über die Bühne bringen. Dann wäre ich glücklich. Und natürlich, auch wenn ich die Mission dann beendet habe, geht es dann noch weiter. Dann kommen die Szenarien dran. Dass da keine Zweifel aufkommen. Ohne extraere Verschlechterung der Ökobilanz. Dort vorne befindet sich also Fathers Arche. Wer hätte ahnen können, dass ein Computer-Virus seine Systeme derart korrumpieren kann? Ist denn gar nichts mehr von seinem ursprünglichen Charakter übrig? Offensichtlich nicht. Wie es aussieht, mobilisiert Fathers gerade seine Flugeinheiten. Vermutlich haben sie direkten Befehl, uns anzugreifen. Nicht nur die Luftwaffe bedroht uns. Auch seine Marine ist angriffsbereit. Ich werte das eindeutig als Kriegserklärung. Wir müssen mit ganzer Kraft zuschlagen. Und zwar jetzt. Jo. Ich hoffe, das haut uns so hin. So. Befehlsgewalt über Global Trust Flotte wurde auf meine Systeme übertragen. Empfange neue Direktive. Vernichten Sie Fathers. Okay. Vernichten Sie Fathers. Das ist eine... Analyse Ihre optimale Angriffstaktik gegen Fathers. Berechnungen abgeschlossen. Zielparameter evaluiert. Bitte bestätigen Sie. Ähm, mit einem EMP sein Schutzschild deaktivieren. Ja, wo ist denn das Schiff mit dem... Wir... Nein? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Analyse von Fathers Truppenstärke abgeschlossen. Äh, wo habe ich... Zusätzliche Unterstützung durch die Fraktionen wird empfohlen. So, wo habe ich das Schiff hin abgestellt? Kann mir das jemand sagen? So. Ne, bist du auch nicht. Da ist die EMP-Kanone da oben. So. Gut, dann müssen wir unsere Truppen sammeln. Unsere Kampftruppen. Ziehen wir alles hier so zusammen. U-Boote. Die gehören aber mir nicht. Versenkt hier ein U-Boot. So scheiße. Meine Agenten berichten, dass in Fathers Werfen an neuen Waffentechnologien gearbeitet wird. Wir müssen sie an uns bringen und für unsere Zwecke nutzen. Oh Mann. Das jetzt auch noch? Ich dachte, ich hatte hier Kriegsschiffe. So. Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Das glaube ich jetzt weniger. Ich werde mich mit aller Macht dagegen sträuben, dass er mich zerlegt. Nicht. Wo ist jetzt das Schiff? Sie interessieren sich für die Global Trust Flotte? Bin ich nur auf. Nun. Nur zu. Nicht jetzt. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit unterwegs. So. Sind meine ganzen Schiffe hin? Ich dachte, ich hatte doch einige. Fahrzeuge. So. So. Schippern wir hier rüber. Ich hatte doch gerade. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Nicht nur auf eines. So. Ich habe zwar eine ziemlich lädierte Flotte, aber... wir werden da rausgehen. Und dann gehen wir mit dem Haus. Und dann gehen wir mit dem Haus. Hier. Und dann gehen wir mit dem Haus. Und dann gehen wir mit dem Haus. Die schippern hier nach. Das wird, glaube ich, jetzt sehr schwierig. Warnung! Fahrzeug unter Beschuss! Na, komm, du kommst da hin. Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Fahrzeug im Kampf zerstört. Kommandoschiff startklar. Bitte gehen Sie an Bord. Warte, Kommandoschiff startklar?